Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Heute lernst du mehr über die Endungen. Ein Beispiel. Heute ist der 1. August. Achtung! Mein Geburtstag ist am 1. August. Der 1. am 1. Bei am brauchst du ein N. Wiederhole nach mir. Der 2. am 2. Der 2. am 2. Der 4. am 4. Der 4. am 4. Der 5. Juni. Der 5. Juni. Am 5. Juni. Am 5. Juni. Der 10. August. Der 10. August. Am 10. August. Am 10. August. Am 10. August. Der 20. August. Am 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 30. 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 Das war's zu den Endungen. Gut gemacht! Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us Bis zum nächsten Mal. Tschüss!